so leute damit auch willkommen zu einem weiteren wall stars video und zwar heute sind auch ein ganz spezielles video leute karte im hintergrund man merkt und zwar werde ich heute zehn leute heimlich aus boel bus einem club klicken und werde dann die pokal auf null stellen und ich bin gespannt wer dann alles rein kommt zwar ist es ja schon spät am abend deswegen wenn ich dann aber ich glaube schon ein paar reinkommen werden wird auf jeden fall lustig werden stellen wir gleich auf null runter und jetzt werde ich einfach zehn leute aus boel bus einem club klicken heimlich man kennt ihn zu den zehn letzten let's go leute ich bin gespannt was für leute reinkommen werden wirklich so flitzboscha du ja sie haben ihr alle nicht 17 also ja kann ich es ja nicht einfach kicken so let's go leute der nächste schon fünf leute gekickt jetzt noch fünf so mein karte im hintergrund man kennt ihn so brawl skill killer und bot shot kann mehr noch gekickt so dann fehlen noch noch fehlt noch einer mann mein kater macht auge leute man kennt ihn so ja jetzt fehlt noch darf ich den kenne ich den kann ich gegen die muster wdf dran ja leute jetzt habe ich einfach zehn leute aus boel bus ein klub gekickt so ich bin schützen cool das mit acht auf den hohen gott leute was ein krasser spieler ist einfach jetzt im club kommen tschüss leute ich bin gespannt und der nächste schon reinkommt ich bin gespannt auch unter 17 kieler zehn kiel spieler ja gott ja so ja ja wie gesagt leute ich und ich würde jetzt sagen leute macht's gut job gerne like oft das video wird mich auf jeden fall mal freuen und ciao